Hallo und herzlich willkommen zu Bayern München vs. SV Werder Bremen. Na gut. Und die Bundesliga sagt heute... Was wolltest du jetzt? Ne, ich wollte irgendwas mit B anfangen, aber das passte nicht. Ich weiß nicht wieso, ich warte so... Naja. Okay, Bundesliga, fünfter Spieltag. Der erste gegen den zehnten. Wir sind praktisch gleich gut, nur haben wir eine Null mehr als die. Mhm, genau. Wir sind wie vorhin besser. Und man sagt ja auch, die Null muss stehen. Ganz genau. Und das machen wir ja. Ja, das ist ja unser Ziel. Ja. Insofern stehen wir dann natürlich besser da, ne? Ja, hier wieder Buffon, der alles wieder hält. Die alte Nase, obwohl der schon so alt, der wird doch bestimmt jetzt schlechter sein. Wir haben auch schon vier Sterne Deluxe. Ja. Da komm, schmeiß ich schon mal zu sagen, wer gewillt ist. So, das Spiel ist heute für Goalie. Putzen wir mal Bayern weg, hoffe ich. Genau. Hauen wir dann den Bayern weg. Hoffe ich, sagen wir, ich hoffe, ich bin blöd oder was? Hier ist definitiv, hier, Vernichtung von Bayern. Schade. Also ich konnte nicht reagieren. Ich hatte den Ball und war schon mit einer Turbo-Grätsche drin. Wohin wollte er damit? Wieso sollte er da hin? Ich wollte ihn, ich wollte ihn, boah, oder es haben wir. Ach. Kein guter Pass hingekriegt. Da läuft Gomez schon wieder unser Erz. Gut. So ein Ding habe ich von Oliver Kahn heute gesehen. Wo er so rauskommt er dann. Ey, wie, wie machen wir uns hier selbst? Dann kannst du echt nur noch lachen. Ey, wieso sind das solche Cheater, diese Bayern? Das geht ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist auch komisch, wenn wir einen Ball abwehren, so wie hier, dass er dann automatisch zum Fuß des Bayern geht. Ja, und dann? Alle laufen vor den Ballen und er, und der Tore guckt auch nur, was wird er tun? Hm, ich glaube, ich sollte meine Faust in sein Gesicht bohren. Ah, ja, schön. Aber 1 zu 0, das ist ja nichts, das sind klacks, das wollen wir immer ein. Das, das ist ja, ist ja quasi... Pfeifte auch nicht, ich dachte, du warst abgefiffen. Ey, ich... Vorteil war das, hast du doch gesehen, wie ein Vorteil das war. Ich habe einen richtigen Vorteil gehabt. Ey, der klebt doch an mir. Die wollen es wissen, ey, die gewinnen die jeden Fall. Ich meine, dieser kleine Franzose, der will doch was... Ich, 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 ich. Ey, gib ihm mal richtig was in seine Fresse. Oh, wiese! Tu so! Ja, ist richtig. Ey, ich krieg ihn trotzdem, ich hab ihn ja abgewehrt, er krieg ihn trotzdem. Foul. Komm, wir die diese Garnisse fresseln. Yo! Oh! Fasier! Ah, er gebrochen! Okay, meine Hand ist jetzt gebrochen, ich kann nicht mehr spielen. Da muss alleine spielen. Oh, schönes Ding! Kommt her, meine Klasse! Nein! Du! 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 Das war das, der Sackpia, oder? Das war Schoko! Sieht aus wie hier, der eine vom Planeten-Affen. Kannst ja halt auch so... Das war ja auch so. Oh, schön! Nur, keine Chance für Buffon! Zack! Und Drehung, gleich der Schuss! Ja! 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 Klack, 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 klack! Oh, Mann! Das war echt schön! Gleich die Drehung und Schuss und da hatte gar keine Chance. Also, ich weiß gar nicht, wie er sich dann da hinstellen soll. Ja. Perfekt! So hat ein Gommes gesehen, wie man es richtig macht. Weil da muss eigentlich nur ein Gommes-Klon. Tja, keine Chance, mein Freund. Siehens mal, wie hier SVW ruht. Oh. Ganz mal sehen, wie der FCW ruht. FCW, der neue Verein, der erste FC Werder-Wadenburg. Wadenburg. Also, also, gleiche. Wadenburg. Schwadburg. Ey, je, ich gebe euch alle Gerätschirn, Mann. Ja, Borowski! Ich bin besser unten, wenn ich die Gegner so näher mir dran habe, dann kann ich die besser... Bin besser im Nahkampf. Ja, Mann, und... Und noch besser mit nem Messer in der Hand bin. Tut groß, schieß bestimmt, der kann ja nix. Ne, ne, das muss im richtigen Moment sein, damit das Ding drin ist. Der kann doch nix. Der kann doch nix. Das sage ich doch. So, hier. Ja. Richtig dunkel jetzt hier. Genau zur richtigen Zeit den Ausgleich erzielt. Und Naldo schickt hier, weil die... Oh! Oh, schade. Ich konnte nicht so schnell ihn wieder drauf wechseln. Oh, Gomez. Zum Glück im Absatz. Na gut. Endlich mal aufgepasst, die Abwehr da. Wir probieren wir es weiter. Da musst du versuchen mit der totalen Kontrolle irgendwie... Zum Falschen da hingekommen. Sollte eigentlich auch ein Torschuss werden, aber der ist da. Zu schwach. Huh! Ich hab gar nicht gesehen, zu wem er hin sollte. Ah! Ah! Höchstgestapo. Trimerie. Der läuft mal einfach vorbei. Oh! Oh! Das ist das Spiel von Robben, ne? Von außen nach innen ziehen, nach innen ziehen und dann den... Hätte auch alle Karten, ne? Ja? Ja, alle. Hier die Blitzdreher, super Turboschuss, Ultralord, Gewinner. Ja, das war ein... Fehler. Er wird. Er wird. Oh! Ah, ein Tick zu weit. Ah! Das war es mein Foul Und du hast geschossen Das ist auch ein Foul Weg damit Wir können eben so glückweihern Gerade noch so Standteilen Gut Naldo Jetzt gibt volle Rakete Gibst du auf Junge So komm, roter Rakete Roter Rakete, roter Rakete Hey, wo habe ich mich gefolgt? Komm her, komm her So ein kleiner Spacko Doch, komm schon, ich hatte ihn noch Darum kommt nicht näher Den Mut, hallo Und noch mal Na, rechten, da warst du schon so weit Sonst nimmt er den Linken nämlich noch an Ganz weit oben ist Muss er den Schwachen Aber da ist eigentlich gar nicht so verkehrt Also genau ich hatte einen Schwachen Fuß Hat er eigentlich auch Hallo Ja Da war der Winkelschutz auch abseits Also wir sind am Drücker Und die Bayern natürlich haben gut gleich ihre Konterschancen Weil ich auch schnelle Konterspielen Aber wir können da mehr draus holen Draus holen Wir können da mehr draus holen Genau, da draus holen Ah, der hier rochen Aber das habe ich auch gerochen Ganz zufällig In dem Moment lasse ich R1 los Und der macht Ö Jo Das ist er vielleicht nochmal Ach, da werde ich da angegrabbelt Nein, sie finden dich halt alle so süß, den Darmbruder, ne? Höhöhm So Sprach Der Hund Zum Fluch Watt Wer wird du denn? Oh, hallo Man kann eigentlich auf alles, kann man Zitate geben, ne? Ey, ich gebe dir gleich ein Zitat, ne? Nimm ihn an, da erstmal Oh, er bremst der voll Na gut 1 zu 1 zur Halbzeit Nicht unverdient Wir werden gleich mal drauf achten Was vielleicht Bayern noch verändert In dieser Aufstellung Oh, verdammt, ey Hab ich Wollte ich ihn austricksen Vertändel doch noch Da stehen so viele Leute Wieso krieg ich hier denn keine rein, man? Das können unsere Leute nur 20 gegen 1 oder so Auch nicht Verdammt, ey Na, war halt ziemlich eng da hinten, ne? Ja, ist ja Ja, ja In die Bank Ja So Jetzt aber vielleicht nochmal Wenn er den Ball dann behalten kann Ja, war so klar, dass er den so Gammel annimmt Jetzt Gommes und hier unten Achtung Oh, oh, oh Warum da hinten? Ich konnte nicht so schnell auf manuelle Kontrolle Oh Death Hunter schon wieder Ja Jo Alter, Schöne, ey So ein Flugkopf, weil ich hab Und lahm war Ich wollte oben Aber Death Hunter hat schon wieder nicht mit seinem Kopf hingekriegt Was ist da los? Ja, ich hab Ich bin reingelaufen, weil ich dachte, er kommt kürzer Und dann War es der Santa oder Marine? Habe Glück, da konnte er natürlich nichts mehr machen Ja, danke Auch so schlecht, ne? Wie richtig schlecht Was hat er denn über Philipp Lahm? Und hat er auch noch wieder reingeschossen Ach, jetzt wieder schon richtig drin ist Ja, weil er gegenüber vorn gelaufen ist Und wovor hau die da nochmal richtig rein Na gut Nur 2 zu 1 War natürlich jetzt ein bisschen glücklich Ach Quatsch, das war auch für die Ja, das auch Der Flugkopf, weil der hätte eigentlich Der hätte eigentlich schon, ja Ja Ja, sah gut aus, ne? Hat natürlich, hätte ich gut gemacht Okay, jetzt weg Jetzt spielen wir noch auf Zeit Und spielen uns vielleicht den ein oder anderen Konter aus Ich wollte eigentlich Darmbo anklassieren An den ein oder anderen gegen Oh, je, 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 je Schön, schön, schön Oh, Darmbo Ich hab gedrückt, alles Alles gerissen Das war gefährlich Das war sehr, sehr gefährlich Das war erstmal gerettet Jetzt geht's natürlich los, ne? Jetzt kommen die Bayern, wollen hier Druck machen Ja Eigentor, das ist natürlich auch richtig Eigentor, das ist natürlich auch richtig Eigentor, das ist gar kein Tor Demütigung Jo, auf Death Hunter, Death Hunter, macht er die Nein! Ich wurde geschubst auch noch da am Ende Verdammt Schade, schade Und jetzt macht Wovon das Spiel schnell Aber Wieder weg Er stand so weit vorne Ich dachte, versuch's mal Hat ja schon ein paar Mal geklappt Aber nicht so richtig geschossen Was hat er da gemacht? Hatte der Tomat den da auf die Augen? Er kam nicht so ganz am Gegenspiel Der war schon am Mittelpunkt, ne? Wenn du dann da auf links ziehst Ist schon schwierig, dann, ja So, jetzt kommt OLED rein Jetzt wollen sie's wissen Obwohl, ja, ja Oh, da Super Und halt ihn Nein Wieso? Ach, was macht der denn da? Ja, ja, das war Ribery schon fast dran Und jetzt, Schiss Und jetzt Schiss Och, komm, was ist denn das für ein Pass Oh, ich kann nichts mehr sehen Daddy Ey, Rob ist echt der Zauberer Er ist nicht tot zu kriegen, verdammt Der Zauberer von Oz Nein, nein Oh Alter Falter Was ist eben für ein Zauberer von Oz? Ey, joholl Aber hier, das war ja das Beste, das Beste, Ribery Mitm Knie geschossen, oder? Alter, das ist mehr So dass wir hier, 20 Minuten, können wir was Mal, da müssen wir Ey, wir sind zehn Leute, die reingekriegt Nein, mach, nicht lauf weiter Nein, mach, du, ich weiß nicht Ich mach mal ein Tee was rein Für Darmbo Obwohl, nee. Das ist so. Marine. Shinitsu. Und. So. Und jetzt ein bisschen noch rumspielen und nicht den Ball verlieren. Oder irgendwie sowas. Das, was ich jetzt nicht so hinkriege. Was ich nicht so gut hinkriege. Und nicht den Ball verlieren. Und der schieße zu den Gegner. Nee, nee. Usami. Und halt ihn auf. Abseits. Fünf Minuten plus Nachspielzeit. Ja, gut. Da siehst du mal. Da siehst du mal, dass du nichts siehst. Nee, 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 nee. Hau ihn um, hau ihn um. Ich muss ein Zeichen, oder? Hau ihn um. Der darf nicht durchkommen. Hau ihn um, hau ihn um. Aber er ist sowieso schon, Zeit ist weg. So, auf Wiese, ne? Zeig mal, was du kannst, Wiese. Nein. Yes. Ich dachte schon, den kommt jetzt auch. Direkt der Schuss. Na gut, das ist doch mal hier ein schöner Sieg. Juhu. Zwar ein bisschen glücklich, aber wohl verdient. Ich würde es auch sagen. Zwei Schüsse aufs Tor haben wir, zwei Tore. Aber davon war eins halt ein Eigentor von Bayern. Ich würde gerne mal wissen. Das ist, das ist ja wirklich lächerlich. Das ist echt ein bisschen übel. Ich würde gerne mal wissen, ob das zweite Tor als Eigentor zählt. Äh, das müssen wir bei den Toren ja sehen können. Eigentor. Das ist das von Lahm. Genau. Ja, und das andere? Dambu, das war halt ein normales Tor von dir. Also das hat er ganz normal geschossen. Ach nee, das war ja gegen Schalke das Spiel, ne? Ich bin gerade nur in einem anderen Spiel, wo wir das Eigentor gemacht haben. Ich weiß nicht mehr. Nur wir das Eigentor gemacht haben. Da weiß ich nichts von. Okay. Ja. Kaiser-Leuthern 2 zu 2 gegen Bayern. Leverkusen. Bayern verliert, haben wir das schon gesagt? Ja, stimmt. Ja, 1 zu 2. Schalke 2 zu 1 gegen Mainz. Düsseldorf 1 zu 1 gegen Hamburg. Bayern verliert 1 zu 2 gegen Bremen. Und 1860 2 zu 1 gegen Gräuter Fürth. Hannover 96 2 zu 2 gegen Köln. Bayern verliert 1 zu 2 gegen Bremen. Borussia Mönchengladbach 0 zu 3 gegen Stuttgart. Dortmund 3 zu 1 gegen Hoffenheim. Und Wolfsburg 3 zu 2 gegen Nürnberg. Und Bayern verliert 1 zu 2 gegen Bremen. Richtig. Damit haben wir uns gleich mal zwei Plätze nach oben erkämpft. Wolfsburg auf Platz 1. Und wir haben Bayern mal schnell durchgereicht. Und 1860 ist vor Bayern München. Das ist ja wie in den 90ern. Das hat man ja nicht geahnt. Das hat ja keiner gewusst. Na gut. Sieg haben uns gut getan. Oh, hatten wir eine Karte? Ne, ne? Wir haben keine Karte. Ne, ich glaube nicht. Das sehe ich gern. Schön, faire Partie. Die beste Werbung für die schönste Nebensache der Welt. Damit haben wir unseren Ruf verbessert. Da bin ich sicher. Ja, schönes Spiel gewesen. Ja, auch, ne? Ruppig, aber dennoch fair. Was sagt Marin, hä? Was sagt Marin jetzt, hä? Ich bin ziemlich fertig. Es freut mich zuvor, meine Ansätze. Ey, entweder heulen sie. Sie spielen zu viel. Sie spielen zu wenig. Nichts, was man macht, ist richtig. Nichts, was ich mache, ist alles. Und alles in Hülpen. Lohn, Kuh, wer er vor? Paderborn gewinnt. So, Julio César ist richtig schlecht drauf. Der kommt nie wieder ins Tor. Ajax ist nächstes Mal dran. Champions League. Oh, nein. So. Die spielen auch im Kreis, genau wie alle anderen. Schön. Alles klar, dann hoffe ich, dass euch diese Folge richtig gefallen hat. Weil Bayern jetzt mal hier ihr sein. Die haben voll fett verloren, ey. Voll ihr Fett weggekriegt, Mann. Ja, und ihr könnt gespannt sein auf die nächste Champions League Folge gegen Ajax Amsterdam. Deswegen steht da oben links auch übrigens FA. Das sind nämlich die Fettliga. Da macht nur Dicker mit. Fettliga. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt daran, uns zu unterstützen, damit uns auch noch mehr Leute sehen. Dann sage ich halt nichts mehr. Damit uns auch mehr Leute sehen und toll finden. Aber ihr seid auch die Besten. Gut, dann das war es dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Tschüss. Tschüss. Tschüss.